Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist ein Verteidigungsmechanismus von Eulen zum Raubtierverscheuchen. So klingt es, wenn man in einem Zweierbob ein Mikrofon installiert. So klingt es, wenn man in einem Zweierbobel ist. Schau, so schnell bewegt sich das Licht um die Erde. Und so schnell bewegt sich das Licht von der Erde zum Mond und zurück. Und so lange geht es, bis Licht den Weg zum Mars zurückgelegt hat. Und so schnell kann man, wenn man in einem Zweierbobelkluip läuft. Und das ist eine Stiftspitze unter dem Mikroskop. Man sieht, wie die Tinten der Kugelschreiber bedeckt. Spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Ich wünsche einen schönen Tag.